Das beste Schiff ist immer noch die Antlanta. Wir müssen aber schauen was dieser Papadoukchen für eine Min-Raid hat. Wir sollen schon auch eine krasse Min-Raid haben. Boah, wenn wir... Das sind die einzige Sachen, die wir nicht spielen. Flugzeugträger irgendwie, ne? Für richtig. Du, nur teilweise. Aber ich gar nicht. Wir müssen echt unser Clan hier aufpeppen. Mehr Mitspieler brauchen wir. Alter! Schon wieder? Weißt du was denn für eine Win-Raid hat? Was denn? 100%? 85% hat er. Boah. Okay, mittlere Erfahrung, jede Fecht ist wahrscheinlich halt schon mit Bremen. Aber 3000 ist halt schon krass. Mittlere, verursachter Schaden, jede Fecht, 140.000. Das ist mehr als wir. Geld ist Abschüsse, Verluste, 22. Das ist meine Overwatch-KD. Da spielt auch nur Flugzeugträger. 28,5% Träger. Oha. Wir spielen alles. Deswegen sind wir auch so schlecht. Die Schlacht beginnt. Du, ich mach mal nach mir. Ey, die haben die Kanonengeschütze geändert von den Schiffen, ne? Wie viel Schaden machst du? Ich bin noch nicht dabei. Ich habe gerade einen Back, ne? Oh, der ist 1600, der war noch mal höher, oder? Ja. Ich habe jetzt nur 2100. Äh, steht bei dir auch bei der Reichweite. Ich weiß, was es gerade geil ist. Das ist nicht so, dass ich mal 13.500 hatte? Ja. Und du 14.500? Ja. Das habe ich auch vorher gewonnen habe, ob ich so wenig Schaden mache, ne? Seit wann habe ich eine Ladezeit von 4,5 Sekunden und 11 Kilometer Feuerreichweite? Was? Jetzt wirklich. Ich schiebe es doch mal. Alle 4 Sekunden. Warte, ich schicke ein Screenshot. Ja, probier es doch mal aus, ob es funktioniert. Ah, das ist ein Screenshot. Ich schulde Edelwas. Laserboot. Du fährst nach A, ne? Gut, ich habe Autopiloten aktiviert. Feuer auf festgelegtes Ziel konzentrieren. Nein! Zu früh. Ehh. Ey. Ist jetzt halt ein Video, aber scheiß drauf. Pass es auf ein Video. Ich wollte vorzumachen, wenn es zu lange auf dem Knopf geblieben. Ich habe echt nur 11 Kilometer. Was ist? Er wird nicht mehr abbrechen. Wieso? Weil jetzt ein Zerstörer. Na, was? Ich habe noch ein Video. Oh ne, ich sehe gerade eine Yamato vor mir. Hast du das so nah an oder soll ich am an? Mach du mal an. Ich spiel bisschen mit der Yamato Ey, kommst du, schießt du die ist wieder weg Jetzt ist ne Bissnack da Kann sein, dass die deutschen Schiffe irgendwie immer schwächer werden hier im Spiel Oh mein Gott, ich seh die Tropeos gerade jetzt erst, ne? Ich glaub ich werde alle schlucken Wollt, gucken wir auch noch welche Hey, du bist doch voll weit entfernt Voll gut ausweichen Aber das Problem ist, ich hab davor abgebremst Fuck Wir haben ein Leck unterhalb der Wasserlinie Wir laufen schnell voll Ich hab gerade gut geschenkt bekommen Ja Aber da kommen die heute zusammen, die innere Schifflotte Was da jetzt auf einem Haufen ist Hm Hm Gegnerischen Zerstörer Eintracht Gegnerischen Kreuzer gesichtet Boah, ich hasse Zerstörer mit dem Startschiff zu bekämpfen, ne? Siehst du dich gerade zurück? Gegnerischen Zerstörer gesichtet Ja Hast du auch schon Schaden schon gemacht? Siehst du ja, was da alles kommt Nicht da bleibe, dass es Ranzer selbst kommt Gegnerischen Kreuzer gesichtet Na ja, geht Geht Die gesamte Flotte, die da zu uns kommt Geht Ähm, hat die nicht die Yugu Moko, bla bla bla, ziemlich viel Reichweite? Ja Die Torpedos von diesen Schiff da vorne Gugu Moko, kann sein Na ja, 13.000 Schaden 23.000 Ich brauch dieses Reichweiten-Update Was für so? Ich brauch diese Hilfe Komm her Bismarck, nicht will ich beschießen und besteigen. Bismarck, besteigen? Na klar. Ich muss es zu hart für dich. Ah, ich bin härter. Alter, alles ist drauf schnall. Warum nicht? Alles breit ab. Komm schon mal, wer da den im Felsen gefahren ist. Ich nicht. Mö, lieber Falle, hier Bismarck. Ich glaube, die brauchen nicht schießen. Alter, was denn, wie hat er denn die Torperos geworfen? Meter übel. Weg. Ist klar. Komm. Wir haben hier. Schieße mit auf die russischen Kreuzer. Schieße mit auf die russischen Kreuzer. Wir müssen beide umdrehen. Wir müssen den... Wir müssen hier wegmachen. Haben wir schon als Kreuzer gedichtet. Hm. Ich dreh gerade auch. Perfekt. Perfekt. Ich sehe einfach. Wir hoffen, wir treffen. Ich treffe die jetzt. Ich treffe die jetzt wahrscheinlich auch. Nein, zu hoch. Wie kann ein Schussball in dein Kreuzer abprallen? Ich komme eigentlich ganz gut. Ja, ich bin gespannt. Der gute deutsche Stahl, ne? Gegner ist der Flugzeug gesichtet. Gegner ist der Flugzeug einiger gesichtet. Ich bin gespannt. Oh, jeder macht. Wo schießt ihr auf mich? Vielleicht mal daneben. Ich muss sagen, unser Flugzeugträder steht ausgezeichnet. Ja. Was der hier rauslässt, ist schon weggefeierlich. Ja, 30k. 30.000 hab ich gerade gemacht. Das ist schon geil. Wollen wir uns die Yamato vornehmen? Und wie? Ey, siehst du, wie bei mir letzte Zeit die Schüsse daneben fliegen die ganze Zeit? Ich weiß nicht, ob ich mich mit der Yamato anlegen soll. Du hast mehr Leben als ich? Sie hat mehr Leben als ich? Unser Sieg ist in Sicht. Also jetzt wird uns echt jeder kill geklaut, oder? Ja. Wie? Sehr gut, unser Team teilweise da. Also was die gemacht haben... Also die Tropeos? Die haben ja nicht nur gesetzt, die haben ja richtig gesetzt. Daraus gezeigt. Und jetzt bin ich froh, dass ich nen Aufklärungsflugzeug hab, ne? Gegner ist zum Flugzeugträger gesichtet. ... 3 ... ... 3 ... ... ... ... ... Ach so, von mir ist der Flugzeugträger. Da gebe ich ein bisschen Chili. Wie hat er gerade 3k Schaden gemacht mit einem Schuss, mit Feuer? Der Zerstörer, der hat gerade mit Feuer im Kugel, mit seinen HE Munition geschossen, der war einfach weg. Das ist die Torpedos, die getroffen haben? Ne, die Torpedos haben ihn ein bisschen runtergeschaut, aber dann der mit ein paar Schüssen das Ding weggeholt. Ich meine aber auch von mir Schüsse dabei und von meinem Säkerkünderin. Oh man, genau das Spiel gewinnen wir, wo wir nix tun. Erreicht haben, ne? Ja okay, ich muss immer nur 44.000 Schaden machen, dann krieg ich auch gut Kohle. Du bist so eine kleine Nervensäge hier. Oha. Oha. Oh. Jetzt enden wir einfach ein Sieg mit der. Wiem. Jetzt enden wir ein Sieg mit der. im 50 46 mit dem motor update es wird sich und das war nicht die hülle dabei die hülle geht auch noch was dazu welches schiff nimmt sie jetzt an wahrscheinlich steht immer weit jetzt habe ich schon was ich Okay. Alter, das sind die Aufgaben hart. Das erste ist der erstenhafte Dienst. Das ist gerade mal eine Aufgabe, weißt du? Da erhalten sie den Erfolg Dreadnought dreimal. Alter, weißt du, Dreadnought ist schon ziemlich krass. Weiß ich mit den Feuern? Nee, das war, dass du mindestens 5 Schiffen 40% ihrer HP abziehst. Achso, das war diese scheiß Aufgabe. Hm. Unmöglich. Ich hab mich an den Zerstörer gewöhnt. Muss ich sagen. Alter, wenn du das Profit vom Kabel die Pupi, ja, und meinst, alter, meine Verhältnisse hier in Gefechte 50%. Das ist ja eigentlich noch normal. Ja. Mittlere Erfahrung 800. Gut, auf der anderen Seite, ich hab kein Premium. Ja. Das spielt nochmal eine Menge mit, weil da bekommst du einfach mal das Doppelte. Äh, nicht das Doppelte, 45% mehr. 50% eher, aber trotzdem, das wäre ja auch bei 1200, was schon was Gutes, aber ein Mittler verursacht das Schaden, die Gefechte 40.000. Und er hat halt 40.000, aber 140.000 als Mittlerer ist schon krass, weil, also, gut, auf der anderen Seite, wenn du viele Tier-10-Gefechte spielst, dann ist es dann auch wieder nichts. Ja, äh, ich glaube, bei mir ist das Spiel aufgehangen, ne? Bei mir lädt es nicht. Es geht einfach. Vielen Dank.